Theodor Fontane, Schach von Woutenow, Erzählung aus dem Jahre 1883 Erstes Kapitel im Salon der Frau von Carajon In dem Salon der in der Behrenstraße wohnenden Frau von Carajon und ihrer Tochter Victoire waren an ihrem gewöhnlichen Empfangsabende einige Freunde versammelt, aber freilich wenige nur, da die große Hitze des Tages auch die treuesten Anhänger des Zirkels ins Freie gelockt hatten. Von den Offizieren des Regiments Gendarme, die selten an einem dieser Abende fehlten, war nur einer erschienen, ein Herr von Alvensleben und hatte neben der schönen Frau vom Hause Platz genommen, unter gleichzeitigem scherzhaften Bedauern darüber, dass gerade der fehle, dem dieser Platz in Wahrheit gebühre. Beiden gegenüber, an der der Mitte des Zimmers zugekehrten Tischseite, saßen zwei Herren in Zivil, die seit wenig Wochen erst heimisch in diesem Kreise sich nichtsdestoweniger bereits eine dominierende Stellung innerhalb desselben errungen hatten. Am entschiedensten der um einige Jahre jüngere von beiden, ein ehemaliger Stabskapitän, der nach einem abenteuernden Leben in England und den Unionsstaaten in die Heimat zurückgekehrt, allgemein als das Haupt jener militärischen Frondeurs angesehen wurde, die damals die politische Meinung der Hauptstadt machten, beziehungsweise terrorisierten. Sein Name war von Bülow. Nonchalance gehörte mit zur Genialität, und so focht er denn, beide Füße weit vorgestreckt und die linke Hand in der Hosentasche mit seiner rechten in der Luft umher, um durch lebhafte Gestikulationen seinem Kathedervortrage Nachdruck zu geben. Er konnte, wie seine Freunde sagten, nur sprechen, um Vortrag zu halten, und Er sprach eigentlich immer. Der starke Herr neben ihm war der Verleger seiner Schriften, Herr Daniel Sander, im Übrigen aber sein vollkommener Widerpart, wenigstens in allem, was Erscheinung anging. Ein schwarzer Vollbart umrahmte sein Gesicht, das ebenso viel Behagen wie Sarkasmus ausdrückte, während ihm der in der Taille knapp anschließende Rock von niederländischem Tuche sein Ambon-Pont zusammenschnürte. Was den Gegensatz vollendete, war die feinste weiße Wäsche, worin Bülow keineswegs exzillierte. Das Gespräch, das eben geführt wurde, schien sich um die kurz vorbeendete Horquitsche Mission zu drehen, die nach Bülows Ansicht nicht nur ein wünschenswertes Einvernehmen zwischen Preußen und Frankreich wiederhergestellt, sondern uns auch den Besitz von Hannover noch als Morgengabe mit eingetragen habe. Frau von Carajon aber bemängelte diese Morgengabe, weil man nicht gut geben oder verschenken könne, was man nicht habe, bei welchem Worte die bis dahin unbemerkt am Teetisch beschäftigt gewesene Tochter Victoire der Mutter einen zärtlichen Blick zuwarf, während Alvensleben der schönen Frau die Hand küßte. Ihrer Zustimmung, lieber Alvensleben, nahm Frau von Carajon das Wort, war ich sicher, aber sehen Sie, wie Minos oder Radamantus-artig unser Freund Bülow da sitzt, er brütet mal wie der Sturm. Victoire, reiche Herren von Bülow, von den Karlsbader Obladen, es ist, glaube ich, das Einzige, was er von Österreich gelten lässt. Inzwischen unterhält uns Herr Sander von unseren Fortschritten in der neuen Provinz. Ich fürchte nur, dass sie nicht groß sind. Oder sagen wir lieber gar nicht existieren, erwiderte Sander. Alles, was zum welfischen Löwen oder zum springenden Ross hält, will sich nicht preußisch regieren lassen. Und ich verdenke es keinem, für die Polen reichten wir allenfalls aus, aber die Hannoveraner sind feine Leute. Ja, das sind sie, bestätigte Frau von Carajon, während sie gleich danach hinzufügte, vielleicht auch etwas hochmütig? Etwas, lachte Bülow, meine Gnädigste, wer doch alle Zeit einer ähnlichen Milde begegnete. Glauben Sie mir, ich kenne die Hannoveraner seit lange, habe Ihnen in meiner Altmerke-Eigenschaft sozusagen von Jugend auf über den Zaun geguckt und darf Ihnen danach versichern, dass alles das, was mir England so zuwider macht, in diesem welfischen Stammlande doppelt anzutreffen ist. Ich gönne Ihnen deshalb die Zuchtroute, die wir Ihnen bringen. Unsere preußische Wirtschaft ist erbärmlich und Mirabeau hatte Recht, den gepriesenen Staat Friedrichs des Großen mit einer Frucht zu vergleichen, die schon faul sei, bevor sie noch reif geworden. Aber faul oder nicht, eines haben wir wenigstens, ein Gefühl davon, dass die Welt in diesen letzten 15 Jahren einen Schritt vorwärts gemacht hat und dass sich die großen Geschicke derselben nicht notwendig zwischen Nutte und Notte vollziehen müssen. In Hannover aber glaubt man immer noch an eine Spezialaufgabe Carlenbergs und der Lüneburger Heide. Nomen est omen. Es ist der Sitz der Stagnation, eine Brutstätte der Vorurteile. Wir wissen wenigstens, dass wir nichts taugen und in dieser Erkenntnis ist die Möglichkeit der Besserung gegeben. Im Einzelnen bleiben wir hinter ihnen zurück, zugegeben. Aber im Ganzen sind wir ihnen voraus und darin steckt ein Anspruch und ein Recht, die wir geltend machen müssen. Dass wir trotz Sander in Polen eigentlich gescheitert sind, beweist nichts. Der Staat strengte sich nicht an und hielt seine Steuereinnehmer gerade für gut genug, um die Kultur nach Osten zu tragen. Insoweit mit Recht, als selbst ein Steuereinnehmer die Ordnung vertritt, wenn auch freilich von der unangenehmen Seite. Victoire, die von dem Augenblick an, wo Polen mit ins Gespräch gezogen worden war, ihren Platz am T-Tisch aufgegeben hatte, drohte jetzt zu dem Sprecher hinüber und sagte, »Sie müssen wissen, Herr von Bülow, dass ich die Polen liebe, sogar de tout mon cœur.« und dabei beugte sie sich aus dem Schatten in den Lichtschein der Lampe vor, in dessen Hellmann jetzt deutlich erkennen konnte, dass ihr feines Profil, eins dem der Mutter geglichen haben mochte, durch zahlreiche Blatternarben, aber um seine frühere Schönheit gekommen war. Jeder musste es sehen und der Einzige, der es nicht sah oder, wenn er es sah, als absolut gleichgültig betrachtete, war Bülow. Er wiederholte nur, »Oh ja, die Polen, es sind die besten Masorkertänzer und darum lieben sie sie.« »Nicht doch, ich liebe sie, weil sie ritterlich und unglücklich sind.« »Auch das, es lässt sich dergleichen sagen, und um dies hier Unglück könnte man sie beinahe beneiden, denn es trägt ihnen die Sympathien aller Damenherzen ein. In Fraueneroberungen haben sie von alter Zeit her die glänzendste Kriegsgeschichte. Und wer rettete?« »Sie kennen meine ketzerischen Ansichten über Rettungen.« »Und nun gar wen?« »Es wurde gerettet.« »Allerdings.« »Aber wozu?« Meine Fantasie schwirkt ordentlich in der Vorstellung, eine Favoritsultanin in der Krypta der Kapuziner stehen zu sehen, vielleicht da, wo jetzt Maria Theresia steht. Etwas vom Islam ist bei diesen Handeln und Versandeln-Männern immer zu Hause gewesen und Europa hätte ein bisschen mehr von Zeray oder Harem-Wirtschaft ohne großen Schaden ertragen. Ein eintretender Diener meldete den Rittmeister von Schach und ein Schimmer freudiger Überraschung überflog beide Damen, als der Angemeldete gleich danach eintrat. Er küßte der Frau von Carillon die Hand, verneigte sich gegen Victoire und begrüßte dann Alvens Leben mit Herzlichkeit, Bülow und Sander aber mit Zurückhaltung. »Ich fürchte, Herrn von Bülow unterbrochen zu haben.« »Ein allerdings unvermeidlicher Fall«, antwortete Sander und rückte seinen Stuhl zur Seite. Man lachte. Bülow selbst stimmte mit ein und nur an Schachs mehr als gewöhnlicher Zurückhaltung ließ sich erkennen, dass er entweder unter dem Eindruck eines ihm persönlich unangenehmen Ereignisses oder aber einer politisch unerfreulichen Nachricht in den Salon eingetreten sein müsse. »Was bringen Sie, lieber Schach? Sie sind präokupiert, sind neue Stürme.« »Nicht das, gnädigste Frau, nicht das. Ich komme von der Gräfin Hauquitz, bei der ich umso häufiger verweile, je mehr ich mich von dem Grafen und seiner Politik zurückziehe. Die Gräfin weiß es und billigt mein Benehmen. Eben begannen wir ein Gespräch und als sich draußen vor dem Palais eine Volksmasse zu sammeln begann, erst Hunderte, dann Tausende. Dabei wuchs der Lärm und zuletzt ward ein Stein geworfen und flog an dem Tisch vorbei, daran wir saßen. Eine Haarbreit und die Gräfin wäre getroffen worden. Wovon sie aber wirklich getroffen wurde, das waren die Worte, die Verwünschungen, die heraufklangen. Endlich erschien der Graf selbst. Er war vollkommen gefasst und verleugnete keinen Augenblick den Kavalier. Es wehrte jedoch lang, bis die Straße gesäubert werden konnte. Sind wir bereits dahin gekommen? Emeute, Krawall und das im Lande Preußen unter den Augen seiner Majestät? Und speziell uns wird man für diese Geschehnisse verantwortlich machen, unterbrach Alvensleben. Speziell uns von den Gendarm. Man weiß, dass wir diese Liebedienerei gegen Frankreich missbilligen, von der wir schließlich nichts haben als gestohlene Provinzen. Alle Welt weiß, wie wir dazu stehen. Auch bei Hofe weiß man's. Und man wird nicht säumen, uns diese Zusammenrottung in die Schuhe zu schieben. Ein Anblick für Götter, sagte Sander. Das Regiment Gendarme unter Anklage von Hochverrat und Krawall. Und nicht mit Unrecht, fuhr Bülow, in jetzt wirklicher Erregung dazwischen. Nicht mit Unrecht, sag ich. Und das witzeln sie nicht fort, Sander. Warum führen die Herren, die jeden Tag klüger sein wollen, als der König und seine Minister, warum führen sie diese Sprache? Warum politisieren sie? Ob eine Truppe politisieren darf, stehe dahin. Aber wenn sie politisiert, so politisiere sie wenigstens richtig. Endlich sind wir jetzt auf dem rechten Wege. Endlich stehen wir da, wo wir von Anfang an hätten stehen sollen. Endlich hat seine Majestät den Vorstellungen der Vernunft Gehör gegeben. Und was geschieht? Unsere Herren Offiziere, deren drittes Wort der König und ihre Loyalität ist und denen doch immer nur wohl wird, wenn es nach Russland und Juchten und recht wenig nach Freiheit riecht. Unsere Herren Offiziere, sag ich, gefallen sich plötzlich an einen ebenso naiven wie gefährlichen Oppositionslust und fordern durch ihr keckes Tun und ihre noch keckeren Worte den Zorn des kaum besänftigten Imperators heraus. Dergleichen verpflanzt sich dann leicht auf die Gasse. Die Herren vom Regiment Gendarme werden freilich den Stein nicht selber heben, der schließlich bis an den T-Tisch der Greif hinfliegt. Aber sie sind doch die moralischen Urheber dieses Krawalles. Sie haben die Stimmung dazu gemacht. Nein, diese Stimmung war da. Gut, vielleicht war sie da. Aber wenn sie da war, so galt es sie zu bekämpfen, nicht aber sie zu nähren. Nähren wir sie, so beschleunigen wir unseren Untergang. Der Kaiser wartet nur auf eine Gelegenheit. Wir sind mit vielen Posten in sein Schuldbuch eingetragen und zählte erst die Summe, so sind wir verloren. Glaub's nicht, antwortet Schach. Ich vermag Ihnen nicht zu folgen, Herr von Bülow. Was ich beklage. Ich desto weniger. Es trifft sich bequem für Sie, dass Sie mich und meine Kameraden über Landes- und Königstreue belehren und aufklären dürfen, denn die Grundsätze, zu denen Sie sich bekennen, sind momentan obenauf. Wir stehen jetzt nach Ihrem Wunsche und allerhöchsten Willen am Tische Frankreichs und lesen die Brosamen auf, die von des Kaisers Tische fallen. Aber auf wie lange? Der Staat Friedrichs des Großen muss sich wieder auf sich selbst besinnen. So erst nur täte, replizierte Bülow. Aber das versäumt er eben. Ist dies Schwanken, dies immer noch halbe Stehen zu Russland und Österreich, das uns dem Empereur entfremdet, ist das friderizianische Politik? Ich frage Sie. Sie missverstehen mich. So bitte ich mich, aus dem Missverständnis zu reißen. Was ich wenigstens versuchen will. Übrigens, wollen Sie mich missverstehen, Herr von Bülow? Ich bekämpfe nicht das französische Bündnis, weil es ein Bündnis ist, auch nicht deshalb, weil es nach Art aller Bündnisse darauf aus ist, unsere Kraft zu diesem oder jenem Zweck zu dublieren. Oh nein! Wie könnte ich? Allianzen sind Mittel, deren jede Politik bedarf. Auch der Große König hat sich dieser Mittel bedient und innerhalb dieser Mittel beständig gewechselt. Aber nicht gewechselt hat er in seinem Endzweck. Dieser war unverrückt, ein starkes und selbstständiges Preußen. Und nun frage ich Sie, Herr von Bülow, ist das, was uns Graf Hauquitz heimgebracht hat und was sich Ihrer Zustimmung so sehr erfreut, ist das ein starkes und selbstständiges Preußen? Sie haben mich gefragt. Nun frage ich Sie.